Sportlicher, intuitiver und emissionsärmer, das ist der neue BMW 2er Active Tourer und er kommt mit jeder Menge Produkt-Highlights. Zum Beispiel adaptive LED-Scheinwerfer, viel größere Räder, aber auch dem neuesten Stand an Fahrerassistenzsystemen. Sogar ein vollautomatischer Parkassistent und ein Rückfahrassistent wird angeboten. Das Heck sieht richtig kraftvoll aus und im Innenraum gibt es ein optimiertes Raumgefühl und einen hervorragenden Sitzkomfort. Die eigentliche Revolution findet hier statt. Ein neues Bedienkonzept mit dem BMW Curve Display. Eine stark reduzierte Anzahl von Tasten und Schaltern. Die Eingabe findet intuitiv über Sprache, Touch oder die Lenkradtasten statt. Der BMW 2er Active Tourer steht in Diesel- und Benzinvarianten mit Malt-Hybrid-Antrieb zur Verfügung. Ab Sommer kommen noch zwei Plug-in-Hybride mit einer elektrischen Reichweite von über 80 Kilometern dazu. Probier's doch mal aus und mach eine Probefahrt bei deinem BMW-Partner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 geek hybride mit einer elektrischen Blinn-Hybride mit einer elektrischenавно die im cussivität. Untertitelung des ZDF, 2020